Das Man ist am Start im Turnier, schon der Sieger, bin der Beste an Mike, er schlag mich wie ein Krieger. Ich will der schwarze Richter-Opa besser im Takt, nach diesen Zeilen, als er dabei den Kürzeren gezogen hat. Du hast keinen Mike und einen Test, du hörst nicht so an, als hättest du gar keine Zeit. Und durch mich hast du jetzt nur einen weiteren Feind, den Flow-Rhyme und Technik, das geht ja echt nicht. Du hast keine Chance, denn meine Rap ist zu mächtig. Verdeck dein Gesicht weiterhin, du hälftiges Schwein. Better kommst du mit deiner Scheiß-Runde nicht rein, aber ist ja kein Grundlich, anzufangen zu flammen. Bei deiner Runde gehe ich gleich ins Bett pennen und dein Test kann dich kein Thema erkennen. Wenn du uns mal griffen kannst, du anfangen zu rennen. Du hast keinen Mike, aber du nimmst ja nur so, was ich heute kann besorgen, schaff ich sicherlich auch nicht morgen. Bis zum nächsten Mal.